Das Leben ist wie ein bunter Blattsalat. Sie bestimmen das Dressing. Jedes Jahr zum Jahresanfang sind wir mit unseren Kindern, die ganze Familie im Kinderhotel. Und dieses Jahr war es so, dass wir gleich abends ans Salatbuffet gegangen sind und einfach eine ganz normale Soße, ein ganz normales Dressing, das da stand, über den Salat gekippt haben. Und der Salat schmeckte durchschnittlich gut. Am nächsten Tag haben wir uns Zeit genommen. Wir haben Essig und Öl dazu genommen, wir haben Pfeffer und Salz und weitere Ingredienzien und haben uns unsere eigene Soße gemacht. Und plötzlich war die Soße genauso, wie wir sie wollten. Und das ist für mich ein ganz schöner Vergleich, ein Metapher für unser Leben. Das Leben der Blattsalat ist da, das Dressing bestimmen wir selbst. Und wie viel Zeit sie sich dafür nehmen, das wiederum bestimmt die Qualität ihres Lebens. Wir alle haben bis zu 50 Billionen Zellen in uns, die permanent neu informiert werden. Ihre neuronalen Netze im Gehirn werden auch jetzt neu informiert mit dem Clip, den Sie jetzt gerade sehen. Und viel zu viele Menschen sterben mit 40 und werden mit 80 begraben. Fordern Sie Ihre Zellen, fordern Sie Ihre neuronalen Netze und versorgen Sie sich mit guten, neuen Informationen. Bestimmen Sie das Dressing Ihres Lebens und bestimmen Sie, dass Sie der Manegeleiter sind Ihres Lebens. Sind Sie nicht der Elefant, der in der Kindheit angekettet wird und später im großen Erwachsenenalter mit einem kleinen Seil festgehalten wird, weil es sich nicht mehr bewegt. Das Leben wird vorwärts gelebt und rückwärts verstanden. Wenn Sie sich die richtigen Fragen für Ihr Leben stellen, was Sie über sich glauben, was Sie über sich denken, welche Ziele Sie haben, welche Sehnsüchte Sie wirklich leben wollen, kommen Sie ein großes Stück weiter. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg dabei. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg.